Was geht ab, Freunde? Mein Name ist BigDaddyX und das Shoutout geht raus an das Donau Open Air Munde King, denn dort spiele ich am 9.7. live mit meinem neuen Programm. Wahnsinn! Natürlich bringe ich euch den DJ T-Rex wieder mit und natürlich wird bestimmt auch Tirana wieder am Start sein. Das heißt, allen Bescheid geben, Verwandten, Bekannten, vorbeikommen, das Ganze geht zur läppische 2 Euro auf die Tasche. Wo gibt's denn sowas? Nirgends, ganz genau. Deshalb 9.7. Bürgerplatz Munde King Donau Open Air vorbeikommen. Ich möchte euch zwei Eintrittskarten schenken. Ich verlose die an euch und alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir eine Frage zu beantworten, die da lautet, wie lang ist mein Bart? Wenn ihr mir sagen könnt, wie lang mein Bart ist, gewinnt ihr zwei Eintrittskarten für das Donau Open Air. Ich habe euch zur Hilfe hier schon mal eine Skala aufgebaut. Ich bin bei Manly angekommen. Vielleicht hilft euch das in irgendeiner Art und Weise, eine Einschätzung zu treffen. Die Person, die am nächsten dran ist, am Ergebnis gewinnt. Also kommentieren, kommentieren, kommentieren direkt unter das Video. Und am 8.6. um 17 Uhr gibt das Donau Open Air Munde King bekannt, wer gewonnen hat. Und dann sehen wir uns am 9.7. am Donau Open Air. Falls ihr kein Glück haben solltet, jetzt könnt ihr am Wochenende auf das Sommerfest im Munde King gehen, weil dort in der Tombola, da könnt ihr Lose kaufen, befinden sich auch noch Eintrittskarten für das Donau Open Air. Also, toi toi toi, viel Erfolg und wir sehen uns spätestens am 9.7. in Munde King beim Donau Open Air. Peace out!